Die Royal Navy erwartet uns, aber ihr seid soweit. Erteilt ihnen eine Lektion. Sie haben keine Chance. Wo sind deine Kumpane jetzt, elender Ratte? Nicht schlecht. Bevor ich das rausprügle. Wir finden sie, damit sie deine Reste begraben. Pass gut auf, Männer! Diese Gesellen sind immer noch da draußen! Da ist er wieder. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Das ist meine blödie Wache. Keine Wache, ich kann das alleine machen. Nach allem, ich habe das Triple Mörder geschlossen, nicht wahr? Danke. 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 You've no business aloft! Down! Baba, come on! Let's see! What happened here? Ich kann das gar nicht herausfinden! Komm und schau mal! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Any witnesses will come for? I can't bloody figure this out. Come on, have a look. We've lost a filthy crat. Come on, have a look. 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 Come on. Come on. Come on, have a look. Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nebenweltmeeren sehen lassen. Sollen wir beginnen. Jawohl, Freud. Oh, Conard. Sie ist ein Wrack, aber sie schwimmt noch. Sie heißt Morrigan. Morrigan? Die verrückte Fee, die Merlin ruinierte den Weisen? Oh, das passt gut zu euch, Schenk. Morrigan ist eine alte Götte. Königin von Krieg und Dunkel. Sie erntet die Seelen gefallener Krieg. Wahrlich perfekt. Auf, Geil! Nehmt Druck vom Baum! Käpt'n kommt, wir gehen zum Feuer! Der Reit hier! Feuer! Monsterwelle vom Steuerboden! Feuer! Wir Segelmänner! So viel Segel hier drin! So viel Segel hier drin! Oh, mein Gott! Mein Schiff! Das ist ein Fond, der Schien! Sie geht runter! Mal sehen, wie die Morrigan reagiert, Käpt'n Jay! An die Kanonen, Männer! Feuer! Nein! Nein, nicht nach uns, Käpt'n! Erwarten Befehle, Käpt'n! Sie bricht uns einander! Stopp' sie, Mann! Feuer! Nur im Wasser! Wir Segel! Alle Segel! Bereit hier! Oh, Männer! Setz die Bramsegel! Raun sind Stücke! Tut etwas! Was ist das? 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 Liedmänner! Der Chevalier ist zufrieden! Welchen Kurs soll ich setzen, Shay? Zeit, dem Mentorbericht zu erstatten. Meint ihr nicht auch? Weise Worte, Käpt'n. Weise Worte. Was haben Sie nur getan? Es ist eine Art schlummernder Virus. Mist. Ganz ruhig, ich hole Sie da raus. Sorry für die harte Landung. Ohrstöpsel, okay? Piss. Sie waren im Animus. Animus, ja? Sie haben auf eine genetische Erinnerungsdatei in der Shake-Hormack-Helix zugegriffen. Sie arbeiten für Abstago-Entertainment. Vergessen? Schlingelt es da nicht bei Ihnen? Ihre Sitzung ist schlecht gelaufen und schadet dem ganzen Haus. Suchen wir den Boss. Sie wissen doch, wen ich meine, oder? Melanie LeMay, super lebendiger Überflieger? Hier, der Kommunikator für den Notfall. Und jetzt raus hier. Kommen Sie! Beeilung! Dieses Chaos ist allein Ihre Schuld, falls Sie sich das fragen.